Die Sendung wurde vom NDR Sieh dir mal vor, Elisa. Ludwig ist Journalist. Bist du nicht etwa verliebt, oder? Vielleicht. Oh Gott. Ich hab nur die Kinder ins Bett gebracht. Das hat keine halbe Stunde gedauert, aber dann war... ...flasche fürs Lärm. Sie hat sich in dich verliebt. Was machen sie da? Du hast das Pflichtigste, was ich habe! Einfach verkaufen! Wir brauchen das Geld! Gib mir mal die Flasche, du Hohlbirne. Hohlbirne? Hör zu, Mama. Er hat sich nicht in dich verliebt. Sondern? In mich.